Folge Nummer 14 von Avorion. Wir wollten letztes Mal eigentlich gesehen haben, wie unser Discovery eigentlich Piraten angreift, aber leider waren die Piraten vorher zerstört worden, deswegen konnten wir da gar nicht zugucken. Aber nicht so schlimm, wir steigen da jetzt wieder ein und, ach so, Schiff betreten, T drücken, dann sind wir da erstmal wieder drin und wir hatten ja die Aufgabe uns vorgenommen, diese ganzen Routen hier abzufrühstücken. Ja gut, dann sind wir aber mit T wieder doch besser bedient, aha, diesmal springt er besser raus und dann können wir hier natürlich dieses Schiff hier befehligen. So, das ist das. Und dann soll der da einfliegen, dann da einfliegen, kann er nicht. Ach so, ja. Nochmal. Da einfliegen. Dann da einfliegen. Da einfliegen. Dorthin fliegen. Dorthin fliegen. Ich glaube, wir müssen den Weg gehen, sonst kommen wir da nicht hin. Geht nicht. So machen wir es, oder? Geht nicht. So kann er nicht. Äh, da hin. Äh, da hin. Dorthin, dorthin, dorthin. Dann müssen wir mal vielleicht da hin. Geht nicht. Dann soll er so springen. So springen. Geht nicht. So springen. Fertig. Dann kann er da mal rumfliegen, ne? Dann kann er das alles entdecken und wir gucken uns das nachher an. Gut. Die Lady. Wo ist die? Da. Die Lady könnte mal... Ach so, die... Ja, die Lady ist da. Dann lasst die mal da hinfliegen. Und dann fliegt die mal weiter. Oder sollte die Lady da gerade abräumen? Und wir haben... Na, das haben wir, glaube ich, versaut gerade auf Deutsch gesagt, ne? Ja, die sollte abräumen. Oder die war am abräumen. Und wir haben sie jetzt daran gehindert. War vielleicht nicht die beste Idee, ne? Jetzt müssen wir gerade gucken, dass er da noch wieder hinspringt. Und gucken wir uns das nächste Mal an. Äh. Gehen wir mal aus der Karte raus. Wir sind jetzt hier drin, ne? Äh. Was gibt's denn hier noch so? Ach so, wir hätten ja mal gucken können, ne? Gibt's hier noch einen Ausrüstungs-Doc? Nee. Gut, das ist dann nochmal Karte. Und die Lady... Ist jetzt da und soll da abbauen. Das hat man gesagt. Gut. Dann... Ach so, Quatsch. Nicht da wieder raushippen. Das ist jetzt hier das Cover, oder? Oder nicht? Wer ist das jetzt hier? Ein Schiff von Ass Reiter. Ja. Das Cover ist das. Und das ist Reiter, der ist da unten. Und hat jetzt hier... ...Mikro-Fernschiff-Ausrüstungs-Doc. Also... Was haben wir jetzt gemacht? Ich hoffe, nichts Falsches. Meiner, weiter... Ach, meiner 1 ist da, okay. Ach so, wenn ich die Karte so verschiebe, dann... Doch, der war doch auch zu sehen, ne? Alles klar. Dann weiß ich aber auch nicht, warum der jetzt... Naja, gucken wir mal. Ein Schiff in Sektor wechseln. Gehen wir da erstmal hin. Eine Mina hier. Sehr schön anzusehen. Dann gucken wir gerade noch ins Ausrüstungs-Docs, ob es da noch was Schickes gibt. Das ist das hier, ne? Schutzkontrollsysteme. Bergbausystem. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir da haben. Hyperraum-Upgrade. Ah, gut, das war über Hyperraum-Upgrade sprechen. Ich glaube, Thomas Steele war das, der mir gesagt hat, dass ich zusehen muss, dass ich noch, ne? Das fest installiere, weil... Dann springen die auch weiter, ne? Jetzt bin ich natürlich wahrscheinlich wieder in denen, die springen können. Guck mal hier, zack. Ne, P war's. Hier. Fest installieren. Okay, das haben wir verstanden. Das hat der mich, äh, der... Thomas hat uns auch gesagt, da ist ein Anker dran. Daran erkennt man jetzt, dass das dann eingebaut ist. So. Okay, das könnte man auch fest installieren. Kann man denn irgendwo sehen? Ne, kann man nicht sehen, ne? Und Generator-Upgrade. Ja, okay. Lass erst mal so... Jetzt haben wir hier Maschinengeschützturm und noch einer. Ist ja jetzt nicht so prickelnd zur Zeit, dieses Schiff, ne? Aber wir sind da ja dran, ne? Äh. Ausrüstungstok hat man geklärt. Ach so, war das jetzt hier für Bauraumantrieb? Welche Stufe haben wir denn hier mal rüber? Der ist grüner, haben wir. Sprungreichweite plus sechs ist es jetzt. Und bei dem anderen hätten wir das natürlich auch, wenn wir das dann da auch fest eingebaut hätten. Aber ich glaube, da jetzt reinspringen wäre nicht so produktiv, weil wir dann unsere Route da kaputt machen. Die ja jetzt sowieso erst mal nimmt. Lassen den da ruhig arbeiten und wir schauen dann weiter. So, was machen wir mit dem jetzt hier? Wir haben jetzt erst mal hier so ein paar schöne schicke Dinger. Die sollten wir vielleicht mal anfliegen, oder? Äh. Also. Das kann erlauben... Ach so, gut. Jetzt T. Dann bin ich in der Drohne. Jetzt M. Und jetzt sage ich dem Schiff einfach... In diesem Schiff sage ich einfach, fliegt er mal hin, oder? Und dann ist er schon weg. Wie wir gerade sogar gehört haben, ne? Der ist aber gesprungen und ich hatte kein Tor genommen. Ich dachte, er hätte ein Tor genommen. Schiff in Sektor wechseln. Ja. Laden wir das nochmal. Gucken wir uns das an. So. Sind wir wieder dran in dem Schiff, ne? Sieht schön hier aus. Ach so, hier gibt es ein tolles Objekt. Gut, dass das hier so aufmerkt. Wertvolle Objekte gefunden. Ja. Das ist nur die Frage, wo, ne? Gibt es hier einen Asteroiden? Ja, doch, einen Asteroiden. Der ist es nicht. Aber da ist einer. Glaube ich. Ist er das? Ich glaube, das ist er, ne? Dann fliegen wir doch da mal gerade hin und nehmen den einen, oder? Ich glaube, wir waren ein bisschen schnell unterwegs. Beinahe zerrippert alles, ne? Ja, wir sind auf dem Weg dahin, wenn das hier das Passende ist, was wir so haben wollen. Da ist es. F, interagieren, einnehmen. Und dann nochmal F und Asteroid verkaufen. Beziehung gibt da nix, nur Geld. Und bei der anderen die Heos-Armee. So, dann gucken wir mal schnell rein. War das I? Die Heos-Armee. Haben wir schon gute Beziehungen. Und bei den Freibäutern hat man sowas eine ausgezeichnete Beziehung. Okay, alles klar. Da gibt es nix mehr verbessern. Hier können wir noch was verbessern. Ja, würde ich jetzt auch tun wollen. Weil wir da dann mit denen ein bisschen besser zurende noch kommen. So. Wo geht das Tor hin? West-Nord-West? Ja, dann nehmen wir das Tor, oder? Ist gerade so nah. Der ist ziemlich flott unterwegs, ne? Puh. Aber abbremsen kann er nicht, ne? Vielleicht sollten wir beim Abbremsen nochmal drüber nachdenken. Okay. Das war dann noch ein bisschen, ne? Einbauen zum Bremsen. Gut. Jetzt sind wir hier an so einem Knotenpunkt noch. Schleuniger-Fabrik. Lass uns erstmal reingucken, ja. Okay. Tore gibt es drei. West-Süd-West-Tor. Ne, das wollen wir, wenn nicht. Da ist es. Oder? Nord-Nord-West-Tor. Ne, das will ich eigentlich West-Süd-West-Tor, will ich. Oder war das doch gerade das? Ne, da sind wir noch nicht. West-Süd-West-Tor, das ist es doch da. Dann fliegen wir da mal gerade hin. Wir sind ja zügig unterwegs mit dem Ding. Okay. Springen wir da gerade durch. Gucken wir uns dahinter das an. Handels-Posten 3 und 3 Fraktionen an. Ressourcendepot und Reparatur-Doc. Fliege nicht zu weit weg von den zivilisierten Toren in den Eisen- und die Tarnregion oder das Vox. Kommt dich holen. Okay. Sehr schön. Wer sind die denn? Okay. Hier haben wir ein Handelssystem, ne? Ja. Aber so ein schlechtes, dass man hier nichts sehen kann, ne? Ja. 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 Ja, wir müssten schauen, dass wir mal ein besseres kriegen, ne? 424, 162. Wie sieht denn hier unsere Maschinerie aus? Maschinengeschützturm und das Ganze zweimal. 424, 161. 424, 161. Das wäre da. Wären zwei Sprünge. Machen wir mal, oder? Da sind wir schon mal weg. Vielleicht ist es ein Hinterhalt, da müssen wir aufpassen, ne? Achso, okay. Cooldown war noch. Jetzt sind wir da drin, ne? Und hier wird tatsächlich angegriffen. Oh, das sind immer ziemlich viele, ne? Okay, dann schauen wir mal, was wir anrichten können. Ich treffe irgendwie nicht so ganz. Ich muss da oben hinziehen, damit ich da hintreffe. Meine Güte. Und, äh, ja, wir sind schon ganz schön im Gewitterregen, ne? Treffen ist Pflicht, oder wie war das? Also, das, was wir da gerade montiert haben, ist jetzt nicht so. Das ist so der Bringer, ne? Den haben wir schon mal. Den nächsten jetzt aufnehmen. Also, wir müssen nur immer unten aufpassen, dass wir nicht kaputt gehen, ne? Den haben wir gleich auch kaputt. Nehmen wir mal, da nehmen wir gerade die Waffe da mit. Äh, die... Den kriegen wir auch noch kaputt. Da ist er. Und dann ist da noch einer. Und jetzt sind wir in Zielreichmeite. Oh, jetzt hat sie bei uns gerade was ordentlich erwischt. Aber das funktioniert erstmal. So, jetzt aber. Wir nehmen die Brust hier nicht abbrauen. Wir bleiben dran. Und... Jetzt haben wir ihn aber, oder? Da ist er kaputt. So, ist noch einer, zwei sogar noch. Der ist 18 und der ist 19, egal welcher. Dann mal kurz hin. Jetzt habe ich irgendwie Brack ausgewählt. Na komm, jetzt nehmen wir den da erst, weil der andere gerade sich da so Unbewegung nicht bewegt. Und das bedeutet vielleicht, dass der gerade manövrierunfähig ist. So, den kriegen wir jetzt. Weiß nicht, ob der links noch heiter ist oder ob er schon erwischt worden ist. Wir sind bei 50 Prozent ungefähr. Haben jetzt gerade wieder irgendwas ordentlich an Schaden gekriegt. Der ist schon kaputt. Jetzt nochmal einer. Ich hoffe, der schießt den da jetzt nicht gerade kaputt, sonst dann wäre das echt ärgerlich. Aber jetzt sieht es einigermaßen gut aus. Ja, gleich ist er fertig. Weiß nicht, was der für eine Waffe hat. Nicht, dass wir da ordentlich einen abkriegen, aber wir sollten ihn vorher kaputt haben. Und da gibt es was Blaues. Gut. Und da ist noch was Weißes. Das nehmen wir auch noch mit. Ach, die Tarn-Mental-Shot. Ach, Geld haben wir. Und meine Geschützturme. Gibt es da irgendwie Belohnung von 8600 Credits erhalten? Die sind für uns immer dankbar. Alles klar. Dann haben wir das auch geklärt. Jetzt sollten wir mal gerade schnell erstmal schauen, in den Baumodus gehen und reparieren. Okay, da fehlt uns was. Titan natürlich. Okay. Kann mal einer Titan einsammeln. Was sagt denn unser Briefumschlag da oben noch? Wir haben eine ungelesene Mail. Also die unterste ist ja dick. Aha, wir haben Geschütztürme überkommen. Material Eisen, 14 DPS. Sind beide gleich, glaube ne? Ich drücke GE, um es zu vergleichen. Womit will ich es denn vergleichen? Gute Frage, ne? Alles nehmen. Zack. Und wenn wir es nur verkaufen können, ne? So, jetzt haben wir natürlich kein Dingens hier an Bord, ne? Kein Abwracker, ne? Oder? Äh, ne, hier sind wir falsch. P wäre das Richtige gewesen, ne? Schaden 4,5. Beide. B. Die haben hier einen Schaden von 0,9, also nicht so der Bringer, ne? Nur in anderen Bereichen halt wird es besser, aber ich glaube, da können wir das erstmal sein lassen. Gut. Wir brauchen jetzt definitiv erstmal Titan, damit wir unser Schiff heile kriegen, weil das ist ja doch leicht lädiert. Dafür müssten wir nur gucken, dass wir irgendwo was abbauen. Gibt es hier Asteroiden? Gute Frage, ne? Gibt es hier Asteroiden? Hier gibt es nur den Frachtraum, mehr nicht, ne? Doch, so 116 Asteroiden gibt es hier, aber ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, die anzufliegen, oder? Sieht einer welche? Ich nicht. Ich sehe nur Schrott. Gut. Gut. Dann bedeutet das, von dieser unbekannten Stelle können wir dann irgendwo hinfliegen, aber wo? Heimatwelt hier? Ne, in zwei Schritten kommen wir da nicht hin, oder? Leider in drei Schritten. Ausgerichtet sind wir, fliegen wir rüber. Ja, gut. Ja, da haben wir ordentlich gekämpft gerade. Das ist ja auch sehr nett gewesen. Und fliegen wir da noch hin und dann noch einen weiter und dann müssten wir gerade gucken, dass wir da hinkommen. Koordinaten eingegeben. Ja, Sprung bereit. Und dann haben wir noch einen Sprung hier hin. Dann sind wir da. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde, da ist es. Und dann geht die Reise los. Dann sind wir erstmal an dem Ziel. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Gucken wir gleich rein. Da war auf jeden Fall ein grüner Blip. Hier gibt es auf jeden Fall Asteroiden ohne Ende, ne? Ein Bergbauschiff und ein leichtes Bergbauschiff. Okay, hier ist nichts los, sozusagen. Und das Einzige, was wir sind, das sind viele Asteroiden. Da sollte man vielleicht gucken, ob da Titan zwischen wäre. Aber es gibt hier auch irgendwo einen großen Asteroiden, den wir noch verhökern können. Ne, das ist er nicht. Ja. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare weiterschreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. 2 2 5 6 8